Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tages-Taro am 12. Oktober 2017 Der Gehengte Was bedeutet diese Taro-Energie für uns? Für den heutigen Tag. Wir sollen etwas mit anderen Augen betrachten. Entweder sind die Umstände so, dass das Schicksal zwingt uns, unseren Blickwinkel zu verändern, die Dinge anders betrachten, weil es unerwartete Ereignisse kommt. Wir sind nicht vorbereitet und wir sollten auf diese Situation auch anpassen. Steht alles auf dem Kopf. Aber der Gehengte hat eine ruhige, gelassene Haltung. Also wir sollten diese Situation mit Gelassenheit betrachten. Ich würde sogar sagen, es ist gut so, wie das ist. Der Gehengte kann auch bedeuten, dass wir anders handeln sollen wie sonst. Oder wir sollen etwas mit anderen Augen betrachten. Die beiden Seiten die Münzen anschauen. Oder mal unsere Meinung ändern. Kann auch bedeuten, wir etwas tun, was uns von dem Alltag rauswerft. Steht auch alles im Kopf. Wir tun etwas Ungewöhnliches, was wir nie getan haben. Und es aus eigener Entscheidung heraus. Diese Taro-Energie ist natürlich allgemein. Aber Sie haben die Möglichkeit, Ihre jetzige Situation mit Klarheit zu betrachten. Und dazu eignet sich ganz gut eine Blitzberatung. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Sie schreiben mir eine E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation. Sie können auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dazu. Und ich kann einen Rat geben. Oder wie ich das betrachte. Oder eine Meinung. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Die Entscheidung liegt an Ihren Händen. Weil Sie tragen die Verantwortung über Ihren Leben, über Ihren Schicksal und auch über die Entscheidungen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at. Denn dera Susanna Medici.com Und die Zeitqualität kann ich für Sie vorteilhaft auch berechnen. Dazu benötige ich natürlich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Also, es gilt noch, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verschäde ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich Untertitelung des ZDF, 2020